ähm hier wollte ich aber gerne hier mach ich dann auch glaub ich ne Tür hin dass man da auch rankommt so 1,2 tja wie mach man die Tür die Tür könnte man natürlich ein bisschen anders farbig machen Matratze wie groß soll die sein die muss ich mir mal ganz kurz angucken ach alles klar ich dachte die wär übelts mini aber ist natürlich schon auf den Scrap Mechanik Charakter angepasst und das lustige ist ich wollt grad sagen die Matratze kann man nicht hinlegen ey ach jetzt ist es nach oben ach die sieht voll bequem aus vor allem mit dem Blümchen drauf ey die macht ja sogar genau die Geräusche die eine Matratze machen sollte ok ey warum geht das nicht warum geht das nicht nach oben versteh ich nicht so ich hoffe das ist auch frei gelagert weil den kann ich ja hier theoretisch ja theoretisch könnte ich ja hier so ein Knopf hin machen aber die Sache ist den Knopf dem ja weiß ich nicht würd ich gern als sozusagen Tippbetrieb dann drück ich einmal drauf geht die Schranktür auf und dann nochmal drauf tippen dann geht sie wieder zu das wär cool wenn man das machen könnte und ähm sie ist der Lichtschalter von zwei von zwei Stellen aus fällt mir grad auf geht weil ich kann ja mit den Sensoren die Sensoren kann ich ja einstellen als Button dann mach ich sozusagen einmal drauf drücken dann dreht sich die um 360 Grad also treibt der Taster ein B-Ring an der sich 360 Grad bewegt wo natürlich was drauf ist dann geht die einmal über den Dings drüber über den Sensor drüber schaltet den sozusagen auf Dauer an und wenn ich dann irgendwo durchgehe und dann irgendwo nochmal den Schalter drücke dann geht der sozusagen nochmal drüber aber diesmal halt ein anderer B-Ring weil man kann ja nicht die gleichen B-Rings auf und so weiter wisst ihr ja schon und äh so könnte man ja theoretisch einen Lichtschalter bauen aber die Sache ist es gibt kein Licht in Scrap Mechanic und das ist wieder das doofe so ich hab mir grad gesehen man kann da ja ein bisschen was vorbauen da ja so hier wo man mit dem Fuß drauf geht hier gibt's mal wieder nichts interessantes was man nehmen könnte man könnte ein Button machen hm ich mach mal kurz man könnte ein Button machen wo man dann drauf drückt und dann geht da was auf aber dazu bräuchten wir dann natürlich auch etwas was sich öffnen lässt aber hier haben wir wirklich gar nichts wo wir auch vor allem Deckel drauf bauen könnten ich meine mit dem Deckel drauf bauen und sowas das wäre ja alles nicht das Problem man könnte ja natürlich das hier nehmen aber das ist natürlich zu klein ein E-Beam, ein I-Beam End würde natürlich auch nicht ganz hinhauen ach schade ach Scrap Mechanic man könnte natürlich wirklich so einen extrem plumpen Mülleimer bauen der so ne Größe hat von 2x2 aber halt die Wände ach warte mal das würde theoretisch gehen fällt mir gerade auf Momentchen Momentchen Entweder bauen wir das hier mit den Blöcken mit dem Brickblock weiß ich gar nicht weil das lustige ist die zeigen hier jetzt zeige ich gerade auf dem Bildschirm die zeigen hier rechts wo das Bild ist von dem Teilblock die zeigen den als 4x4x4 Block an und dabei ist ja eigentlich ein Teil also ein Thiele ein Thiele nur so groß wie sozusagen das eine da ich hoffe ihr versteht was ich meine na gut Mülleimer Mülleimer ähm ich glaube dann ach egal dann baue ich den halt einfach aus Bricks obwohl ne dann baue ich den aus Tiles aber siehste das doofe ist natürlich dann passt das hier mit dem Schalter wieder nicht ach egal dann machen wir hier so einen richtig großen Trash Bin aber den können wir ja auch wenigstens so an unsere Größe anpassen so und dann hier nen Deckel und dann kann man schön mit dem Taster hier so mit dem Fuß drauf und dann geht das auf und ich glaube da baue ich dann auch wieder diese Konstruktion mit äh mit dem Sensor dass wenn man einmal drauf drückt gehts auf und dann nochmal dann gehts wieder zu weil anders gehts natürlich nicht wir könnten natürlich auch einen Switch nehmen aber das würde dann naja nicht 100% passen sagen wir es mal so ach schade wir haben natürlich keine Außendämmung oder beziehungsweise keine 2 Wände weil sonst hätte ich jetzt hier aufmachen können und da nochmal Teilblock reinlegen können dann hättest es zumindest gepasst auch von innen hmmmm hmhmhmhm na gut nicht so wild dann mach ich jetzt erstmal dann mach ich jetzt erstmal diesen hier und dann haben wir hier unseren Deckel ok ich hab ja gesagt ich wollte diese die ganzen Controller wollte ich ja von unten bauen aber das ist natürlich doof wenn man die ganze Zeit hin und her rennen muss ah schade ansonsten kann man das nicht großartig verstecken egal ich machs jetzt einfach ok der ist ja einfach nur in der Ecke so oder ich mach für einen Raum immer einen Controller aber das wird nichts merke ich gerade ich schlaumeier ok jetzt wo ich was verbinden muss hab ich natürlich vorher dieses Connection Tool rausgepackt ok Spüle brauchen wir nicht ach schön und Richtung Blau machen wir mal ach nein warte mal muss ich auf Knopfdruck ach warte mal ich wollte das ja mit den Sensoren bauen merke ich gerade bauen wir natürlich sooo das wird ja eigentlich eine relativ schnelle Konstruktion also schnell vom Aufbau her natürlich so weißt du was ich mach den wieder auf 1 und dann auf Switch dann kommt SysConstruction hier hin und weißt du was da mach ich wieder die geliebten Barrier Blocks einfach aus dem Grund damit man sieht dass es sich da um eine Konstruktion handelt die technisch einen Hintergrund hat und theoretisch brauchen wir das ja nur so warte mal da muss ich hin und dann auf Rot ah siehste müsste hätte ich mir mal die ganzen ach auf 74 genau und ich glaube da müsste es dann kurz vorm oh Mist ich glaube da müssen wir unten da nochmal was umbauen bei unserer bei unserem Bahnhof weil wie ja schon am Anfang der Session gesagt hat das ja da ein bisschen rumgesponnen mit meinem Hovercraft mit den Sensoren dass das da viel früher reagiert hat als ich das sonst gebaut hab so reagiert das immer noch ach Mist ach Mist ich hab das jetzt ah warte mal ich muss das jetzt erstmal auf Button wieder umstellen weil ich weiß ja gar nicht ob der reagiert ach Mist ok ok alles klar er reagiert noch alter wie lange der jetzt noch reagiert er reagiert jetzt wirklich schon an der Außenkante so jetzt so und dann um 360 Grad aber Richtung Rot damit er auch so schnell wie möglich reagiert logischerweise ok dann ist das jetzt verbunden ok ich merke gerade wenn ich einmal drauf drücke auf den auf den Taster dann geht der ja einmal rum und wenn ich den Taster wieder los lasse dann geht der ja wieder zurück oder ich glaube ja ich muss das gleich mal ausprobieren ich könnte hier natürlich auch ein Loch bauen warte mal wo ist denn der Taster da ist der Taster der voll Fusch Fusch am Bau hier obwohl ne ich geh einfach ich geh einfach hoch ich darf jetzt nicht ungeduldig sein womöglich zerstöre ich den Taster damit äh natürlich jetzt hab ich kein Zement ja aber ich glaube der geht in 360 Grad und wenn ich den Taster dann wieder los lasse dann geht der ja da natürlich wieder drüber aber ne stimmt wenn ich das jetzt auf langsam stelle dann drücke ich ja man drückt ja den Taster wirklich nur kurz dann geht das so drauf und dann geht es ja gleich wieder zurück ach siehste warte mal dann brauche ich ja gar nicht dann brauche ich gar nicht 360 Grad einstellen dann stelle ich einfach auf 90 Grad oder ne ich kann ja eigentlich auf genau das restliche was zu 45 Grad äh zu 90 Grad fehlt das sind dann äh 40 so und dann aber auf fast genau und dann kommt das gar nicht in den Zustand dass das bei einem bei einem mal den Taster gedrückt halten dass das dann drüber über den Sensor drüber geht dass wirklich dass man nur den Taster drücken kann so jetzt hoffentlich ist es jetzt äh angekommen so Switch und dann den genau und den denn mit dem B-Ring ach den muss ich jetzt wieder mit einem Controller verbinden mit noch einem Controller siehste das ist eine Konstruktion nur für den Mülleimer aber ganz ehrlich es macht ja Spaß also zumindest mir ich hoffe ah ok alles klar da habe ich jetzt gerade noch ein Loch entdeckt so und dann hm 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 den Sensore mit dem Controller und dann den Controller mit dem B-Ring da oben und dann auf blau blau auf 75 und dann dürfte es eigentlich hinhauen alter was für eine Konstruktion hehehe ich würde ja immer gerne so live übertragen also so live gucken wie das da alles so hinhaut weil ich immer so ein bisschen Angst habe Geil ganz ehrlich ich hätte jetzt gedacht ich werde noch 5 mal rennen ja gut man muss wirklich äh man muss wirklich theoretisch warte mal lalalalalala ich will das ja so bauen dass das wirklich ich meine das jetzt überhaupt nicht böse aber dass es idiotensicher ist deswegen mache ich jetzt hier einfach nochmal auf 85 Grad weil je mehr Grad ich mache desto mehr Strecke muss er ja zurücklegen innerhalb wirklich der kürzesten Zeit und in dem Fall äh muss ich ja also ich will darauf hinaus dass ich den Taster egal wie kurz und egal wie ähm frequent ich den drücke dass das sofort reagiert und deswegen will ich dass der halt ein bisschen mehr Strecke zurücklegt lieber Moment machen wir auf 90 wird ja nicht so schlimm sein auf 90 wird er ja theoretisch noch reagieren dürfen ja doch siehste auf 90 wird er müsste er eigentlich theoretisch genau die gleiche Stellung haben ich halte das gleich nochmal gedrückt ich werde nämlich nochmal was ausprobieren ja und jedenfalls je mehr Strecke es ist desto schneller muss er ja diese diesen 1 Grad den er braucht um den Sensor auszulösen je schneller würde er den ja zurücklegen so warte ah ok alles klar jetzt habe ich zu viel wieder bei mir rattert das alles so im Kopf rum ich äh ich hoffe ihr kommt da auch hinterher weil ich äh sag ja immer nicht so viel und ähm jedenfalls wenn ich jetzt hier weil der geht ja jetzt so bis 90 Grad und ich glaube da ist er dann wieder aus dem Bereich raus wo der Sensor reagiert und demzufolge ist ja dann der Spearing hier beziehungsweise dann ist der ja auf an und wenn ich denn den äh Taster wieder loslasse geht der nochmal drüber anstatt dass wenn ich den Taster ein zweites Mal drücke dass er da drüber geht Moment ich muss das jetzt kurz mal 50 plus ah weiß ich gar nicht wie weit muss ich denn da denn gehen da muss ja auch eigentlich eine Logik hinter geben ich mache ihn auf 70 Grad lalala Sprinte 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 man könnte auch unter dem Haus eigentlich noch was cooles bauen so so ne Dungeon siehste jetzt hat sie jetzt zum Beispiel hat sich mehr ausgelöst einfach weil das nicht äh zu weit über den Bereich hinaus ist siehste und jetzt ist es ok das war jetzt gerade wirklich zu schnell aber trotzdem es funktioniert oh schön geil und so kann man denn vom Prinzip her das erkläre ich kurz nochmal und so kann man vom Prinzip her ähm von wirklich man kann ja äh weiß ich nicht egal wie lange der Sensor man kann das ja wirklich ähm man könnte das mit den Tastern dann wirklich von 10 Millionen Stellen ausbauen weil man kann ja denn hier dieses erweitern immer weiter immer weiter immer weiter und pro Taster dann immer neuen Controller und pro Taster dann immer nochmal neuen B-Ring der sich sozusagen hier dreht und dann wirklich überall einfach nur bei dem hier SRGC und SRGV also kopieren und einfügen und das dann immer weiter so blub 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 so wie ich das bei der anderen Lenkung da hatte äh sozusagen also sprich hier B-Ring so B-Ring und wenn ich jetzt den B-Ring drehe um 90 Grad kommt genau das gleiche mal raus wie wenn ich äh zwar nicht unbedingt zeitgleich den anderen B-Ring um 90 Grad drehe das ist ja denn egal und von daher kann man das ach geil das finde ich schön oh meine Nase ey das gibt's gar nicht höhöhöh hm ich kenne keinen bei dem die Nase so viel juckt ok ich bin froh wir haben ähm einen Mülleimer dann kann ich den noch gleich mal ein bisschen von der Farbe her umändern oder gleich ich habe jetzt gerade im Moment noch kein kein Paint Tool in der Tasche da bin ich ja gerade ein bisschen zu faul zu so ach weißt du was mir fällt gerade auf dass da hinten noch eins ist so und so ok gut ich glaube das wäre auch lässig wenn ich das so machen würde aber das sticht mir ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr raus da könnte man eigentlich einen Taster nehmen aber das gilt auch geht auch nicht wirklich als Knauf man müsste das das finde ich auch ein bisschen schade an der Scrub-Mechanik man müsste das so ein bisschen farblich unterscheiden können dass hier sozusagen die Türe die Türen unterschiedlich sind von der Größe her aber ansonsten gibt es ja da nicht viel hm 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 als Türknopf bin ich jetzt wieder hier gucke ne Nut oder eine Screw die probiere ich mal aus das sieht ehrlich gesagt nicht schlecht aus ich glaube sogar die kann man drehen aber ich glaube eher man greift ja wie ein Lego-Männchen von oben so ran anstatt so und dann die Tür auf oah voll gegen Kopfhörer gestoßen man macht es ja dann wenn dann so ok aber ich habe ehrlich gesagt die Befürchtung hm hm weißt du was ich baue die gleiche Konstruktion hier nochmal aber mit Tastern einfach aus dem Grund weil es sich anders geht weil es ein bisschen doof ist weil anders kriegt man ja die Tür nicht auf man kann ja bei Scrub-Mechanik nicht aufgreifen drücken und dann aufmachen zumindest weiß ich davon nichts man könnte es mit einem Vorschlag hammer äh mit einem Vorschlag hammer aber das ist ja auch keine Lösung für die Ewigkeit na gut und ich glaube fast bei dem Herd da werde ich denn den Herd baue ich jetzt schließe ich jetzt einfach mal hier hin und dann mache ich die Klappe sozusagen dass sie hier mit einschließt oder weißt du was ich schieb den noch ein bisschen weiter nach links so das jetzt mal als nur als Vorbereitung und hier baue ich einen Kühlschrank hin oder baue ich den Kühlschrank na weiß ich nicht nach hinten ach weißt du was da mache ich eine Sitzecke dann baue ich den Kühlschrank wirklich da hin oh meine Nase ey das gibt's nicht egal dann mache ich das mit Tastern und dann mache ich die farblich passe ich die einfach auf die Schränke passe ich die auf die Schränke drauf an und ich glaube ich überlege ob ich ob ich die Schränke so die Türen 2 hoch mache oder ob ich die 3 hoch mache ach ne ich glaube ich muss sie so machen weil sonst äh gibt's da ein paar Komplikationen so bipartite an glaube ich da war